Das Piano ist eines der ausdrucksstärksten und vielseitigsten Instrumente in der Musik, wenn es um die Vertonung von Filmszenen geht. Mit dem Piano deckt man alle Arten von Stimmungen ab. Complete verfügt über ein großes Preset mit Pianostücken. Hier einige Beispiele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.piano.de 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018